Gott ist nicht geboren, Gott ist nicht gestorben, Gott ist nicht betrunken, Gott hat nicht geschlafen, Gott hat nie verloren. Gott ist nicht geflogen, auch wenn Jesus geht, hết wirklich gut, dass die Wirt ist, ohne Frauen Lily zu token anbelastarkan haben, denn das ist die Botschaft auch letztlich. Frage, dass ist das die Botschaft Gottes? Frage dich selber, wir gehen in jedes Leben. Nichts mehr! Geh in die Bräume. Hinduismus, Federn, Buddhismus, Thora, Evangelium, Salldruck gehen in die Almut. Wo der Gott, wo der Almische Gott, vom Ein bis Ende, vom Anfang bis Ende, mit dem Vorkommen, der Erkrankung, der Erkrankung, der Erkrankung, und dann musst du dich nachdenken, und jeder Mensch, der Gott diese Sache, das hat sich eingepflanzt, das erbinde, die Wahrheit und 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 die Wahrheit. Dann! Wir müssen uns jetzt fragen, wir müssen uns jetzt fragen, was ist denn Wissen von dieser Botschaft? 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 Was ist denn von der Eigenschaft Gottes? Ich sage, wir gehen damit raus! Und sei ein Wissen, der stolz ist, zu sein für die Regierung! Verstehe nicht nicht wie diese ganzen Leute, die sich hier seit Jahrzehnten versteckt haben, sondern sei beteiligt, vor dem Falle zu stehen, und zu sagen, la la ilaha illallah, muhammad rasuqa! Allahu akbar! Dieses Verstecken muss aufhören! Wir sagen nicht bekämpfen irgendjemanden! Wir lieben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und der Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und der Propheten sallallahu alaihi wa sallam, an den Ehren, an den Diener, der Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hat er gesagt, hat er geklappt an die Tür, schlägt die Tür, und sagt, wir sind hier, wir sind die Muslime, die sind Stahl! Was hat er ihm gesagt? Er hat gesagt, tut ihm den Tag, und du kommst! Verzeih das Essen! Gebe Essen aus, und gebe den Himmel aus dem Friedenskuss, an den, den du kennst, an den, den du kennst, an den, den du nicht kennst! in den du kennst! Himmel, da, w programme! Du kommst! growing old từng auf bei Laumannia ist schade, die wir im Gehen 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 im Gehen. Und jeder, der hier sitzt, der das Gebet nicht praktiziert, führe ihn dazu, dass er das Gebet nicht praktiziert. Und jedes Mensch, was kein Kopftuch trinkt, gib mir den Mut und gib mir die Kraft und gib mir die Stärke. Amen. Ich sage diese Woche, Subhanakow-Rabeden, die beschlüsselt all den Erecken der Tesserafe und die mit dem Leggen. Und wenn jemand dieser nicht passiert, der reit ist an diesem Schulter. Ein Semester, das ist von Feiern. Aber jetzt wird es zu sein. Wer ist bereit? Wer ist bereit, dass es einen Anzeigen zu machen? Von der Söhne hat, der Söhne hat. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020